Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Georg Koch, Ex-Bundesliga-Torwart, kämpft gegen Krebs. Traurige Nachricht. Georg Koch, ehemaliger Bundesliga-Torhüte, leidet an unheilbarer Krebskrankheit. Kürzlich wurde bekannt, dass der ehemalige Bundesliga-Torwart Georg Koch an einer unheilbaren Krebskrankheit erkrankt ist. Eine Nachricht, die nicht nur die Fußballwelt, sondern auch die weite Öffentlichkeit bewegt. Die Krankheitsdiagnose fällt Koch und seiner Familie schwer. Dennoch zeigt der Ex-Profi eine bewundernswerte Kämpfernatur. Georg Koch, geboren am 22. November 1972 in Mönchengladbach, stand zwischen 1990 und 2009 regelmäßig auf dem Rasen. Insgesamt bestritt er 214 Spiele in der Bundesliga. Angefangen bei Fortuna Düsseldorf, über den MSV Duisburg, den Hamburger SV und den Ersten. FC Kaiserslautern an vielen Orten hinterließ Koch seine Spuren. Auch international war er aktiv. In Österreich, den Niederlanden und sogar in Indien hütete er erfolgreich das Tor. Krebsdiagnose versetzt Fußballwelt in Schock. Vor einigen Wochen begann Koch, gesundheitliche Probleme zu bemerken. Nach mehreren medizinischen Untersuchungen und einer MRT kam die niederschmetternde Diagnose unheilbarer Krebs. Die genaue Art der Krankheit möchte Koch nicht öffentlich machen, um seine Privatsphäre zu schützen. Er gibt jedoch zu, dass es eine sehr aggressive Form des Krebses ist. Nach der Diagnose zog sich Koch aus der Öffentlichkeit zurück und konzentriert sich nun auf den Kampf gegen die Krankheit und auf die verbleibende Zeit mit seiner Familie. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder, die gerade mal sieben und zehn Jahre alt sind. Für sie möchte der ehemalige Profitorwart stark bleiben. Kämpferischer Geist trotz der Diagnose Obwohl die Diagnose vernichtend ist, zeigt Koch bemerkenswerten Mut und eine positive Einstellung. Er bekämpft nicht nur den Krebs, sondern versucht auch, das Bewusstsein für die Krankheit und ihre Früherkennung zu schärfen. Ich möchte anderen Menschen Mut machen, sich untersuchen zu lassen und auf die Symptome ihres Körpers zu achten, sagt er. Die Fußballwelt und ehemalige Weggefährten zeigen sich von der Diagnose tief betroffen. Ausdrücke der Unterstützung, liebe Worte und Gebete strömen aus aller Welt ein. Zahlreiche ehemalige Kollegen und Widersacher bekunden Koch ihre Solidarität und wünschen ihm und seiner Familie viel Kraft für die kommende Zeit. Nie vergessen Georg Kochs Fußballkarriere Trotz seiner schweren Erkrankung bleibt Georg Koch ein unvergesslicher Teil der deutschen Fußballgeschichte. Mit seinen unermüdlichen Leistungen auf dem Platz wird er für immer in den Herzen der Fußballfans bleiben. Mit starkem Einsatz, großem Talent und unverwechselbarer Technik war er jahrelang eine feste Größe im deutschen Profifußball. Schlusswort Georg Kochs Diagnose ist ein harter Schlag, nicht nur für die Fußballwelt, sondern auch für seine Familie und seine Fans. Dennoch ist es beeindruckend, wie der ehemalige Bundesliga-Torwart trotz der schwierigen Situation Mut und Stärke zeigt. Seine Geschichte beweist einmal mehr, dass das Leben manchmal tragisch unfair sein kann. Aber auch, dass der menschliche Geist, geprägt von Entschlossenheit und Hoffnung, fähig ist, unglaubliche Kraft zu zeigen. Unser tiefstes Mitgefühl und unsere besten Wünsche gelten Georg Koch und seiner Familie in dieser schwierigen Zeit. Quellen, Deutsche Fußballliga, DFL Verschiedene private Gespräche mit Weggefährten von Georg Koch, Autor Anita Farke, Samstag, 4. Mai 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.